Hey Leute ich bringe es euch wieder zu Pokémon Schwarz 2 Naslock Challenge So im letzten Part sind wir in der Elektrohöhle angekommen und wir haben uns entschieden hier links die beiden Trainer zu ok das sind keine Trainer Schön dass du hier bist ich hab mir etwas für dich ok das sind gar keine Trainer die schenken uns ein Nugget schön hier von mir bekommst du auch was ein riesen Nugget das ist ein Nugget nutze es weise denn schließlich kommt es von mir und ist daher ganz toll ok und hier können wir wieder hoch und sie ist der Anfang und die Kinder ich jetzt mal an mir die Kinder und die Geschichte in den Sonnen da hat es passiert nicht recht wenig aber von Gissel versteckt sie können das interessiert mich sehr Lothar Lothar mit ein Ampharos ja da sind wir noch mit Sticky Ready richtig gut dabei da gibt es einen Schaufler sind sogar schneller und habe ich glaube auch noch irgendein Item drin damit Bohrenattacken sogar noch stärker werden also das Lockern Kill hast du gut gemacht Rebilein hier ist doch fast ein Level abgemacht gut, gut, gut und wir kriegen eine Marronbeere Dankeschön ein Kaboom dann war das die richtige Entscheidung hier lang zu gehen Schutz wird nicht mehr, da springen wir einfach Neues drauf jetzt ist die Frage gut, wir gehen erstmal hier lang auch wieder die richtige Entscheidung, denn hier war ein verstecktes Item und das ist ein Dog der halt unsere Pokémon, wenn wir ihn besiegen, denke ich mal, ne dann ist die Höhle noch was größer vermute ich jetzt einfach mal hm oh, Psycho-Pokémon ist und ich nicht selbst effektiv gegen Psycho nein, gegen Geist und gegen doch, und gegen Psycho, ja also ein Knirscher und du kannst nach Hause gehen so, Level 36 für Sticky Rebbi jetzt er würde er könnte die Riemassel lernen, aber ne, eigentlich, ne schluss ist auch ja, schluss ist auch oder ist das vielleicht auch ein Unlicht-Pokémon er sehen wir jetzt ich glaube es ist aber ein Psycho-Pokémon, ne ja, auf jeden Fall ist es ein Psycho- oder ein Geist-Pokémon gewesen, weil sonst wäre es ja nicht so effektiv gewesen, ne gut, ich mache ihn ziemlich fit Dankeschön ist aber nett von dir so, ein Eisen und dann gehen wir hier noch lang den oh, haha Trainer, Trainer, Trainer wir brauchen Trainer-Kämpfe und da gibt es auch wieder eine Bäre am Ende äh, Pico-Challa oder Pico-Chila Pico-Chila wir haben genau 100 Leben da kommen wir mal Knirscher wegen Step und so, ne hier Stalraptor Stalraptor ja, okay, Nicole könnte drin bleiben so ein Schaufler sollte ihn guten Schaden machen und der wollte mit Schlitzer uns hier so fett nee, 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 nee Stalraptor ah, das kann sehr gefälscht werden, so ein Stalraptor ja, ja so, danke Marronbeere äh wir kennen aus dem was sie chemischen machen Cart Uran so hier es hat nichts gebracht wenn man sonst Einkunft gemacht érience Real correcting ist nochmal mit der guckt, ebenso Watz haben wir auch ich wollte so gut in den Film genommen haben es war einfach nicht loswerters ich wüsste ich wusste nicht was da voraustun sollte und dann die Attacken so schlecht Wiesen so schlecht sehr traurig Goldbott und Kinder können er wird auch Steinhagel Steinhagel ist kein Kiel ich glaub es doch nicht der Körner Stärke das ist so ein ins Leben 37 ist beschaffende Dankeschön damit könnte sich Sticky Rabbit auch erst mal wieder hinten anstellen so vom Level mäßigen her und wir tun mal wieder Check hier nach vorne weil Nox ist hier in der Höhle eigentlich eher ja das hat eher Nachteile ne ein Unlichtjuwel das funktioniert nicht das funktioniert nicht hab ich mir schon gedacht so Bell was hast du uns zu sagen Professor Escher hat mich gebeten das Ökosystem der Zappler gehen zu erforschen es gibt aber nicht zu viel davon und besonders stark sind sie auch nicht Zappel Zappelin das wäre das ist auch richtig gut Zappelin ist nämlich ein reines Elektroform mit der Fähigkeit schweben das heißt es hat keine direkte Schwäche was was für genial ist das ist ja schon es ist auch noch weiblich ist er langweilig müsste ein One-Hit sein ne ist ja langweilig gegen dich und hier und Checky Level 37 Olga Olga die Olga Olga die haben nicht fett gemacht so was tun wir denn diesmal nach vorne kommt tun wir uns den Hero nach vorne also bisher läuft doch alles einwandfrei hier Sack da gibt es in Ewigstein ok nicht schlecht ein Fluchtsein natürlich können wir auch immer gebrauchen einen neuen Schutz den können wir auch mal sprayen ok ist irgendwo da unten nehmen wir uns erstmal hier diesen Wanderer vor und schauen dann weiter also hier gibt es doch noch einiges wobei ich dachte ey wir haben Bell getroffen haben wir noch einiges schon über die Hälfte erreicht aber ne ne da kommt noch ein bisschen da kommt noch ein bisschen ne und hier Hero vorne was ist Treffer Deppmann Ohnix als erstes den Gegner optimal für den Hero auch so was war das was war das 8 der der die die überliebt in zwölf wo der sich cool ist oder vom Busted eine eine wasserdüse bringt uns aber dann den Sieg wurde besiegt und boah richtig viel Erfahrung richtig schön viel Erfahrung bekommen ein um Metallmantel das ist auch nicht schlecht weil oben da steht ja noch jemand den sollten wir auch mal ansprechen aber da unten war gar nichts mehr also da hätten wir auch direkt hingehen können und ein Reitenkampf bis bei Krupp auch Meidon und um das Tastur Tastur das ist ein zu cool das Fing zu dem Bedrohung wird das finde ich nicht toll ne aber wir machen Surfer und er wechselt ja aber sollte dennoch gut Schaden machen ja obwohl es nicht sehr effektiv ist Spiegel und so ist das nicht sehr effektiv vollskraft okay äh bin noch ein Surfer er tauscht wieder rüber zack und jetzt bin ich ein bisschen besorgt ah Bodycheck ach so ja super Bodycheck besiegt es und hier ja okay okay jetzt kann Hero das eigentlich zu Ende bringen da der Surfer reicht um ihn zu besiegen wenn er noch was auch so angeschwächter wird auch direkt durchkommende Kinn so Kampf jetzt könnten wir eh so so feuerzahnmäßig tauschen wurde nach links gedreht und feuerzahn äh den Kampfmodus finde ich echt cool eigentlich ja und das Pokémon hätte ich auch eigentlich gern gefangen ich finde es ziemlich cool Pflanze Stahl eine ziemlich gute Kombination eigentlich ne vorbei eine vierfach Schwäche gegen Stahl ach gegen äh eine vierfach Schwäche gegen Feuer hier ist jetzt nicht so prickelnd aber ah Elektrojuwelen okay dafür so und ein Pflanzjuwelen okay gut wir kriegen richtig viele Juwelen hier äh ja noch ein Trainer eine Herausforderung eine Herausforderung Lootpult oder sowas Lootipult da fällt mir auf stimmt wir hatten hier wo vorne der Hero war schon leicht angeschwächt ne aber sollte der noch mit 1-12 eigentlich gewinnen oder ja locker und erreicht aber auch Level 37 gut Elektrojuwelen Elektrojuwelen da wechseln wir hundertprozentig ja am besten eigentlich auf ja komm Stick Revy Elektrojuwelen ein Schaufler und Elektrojuwelen und Elektrojuwelen ist dann Geschichte ich glaube generell unser Hero vergisst doch auch ziemlich viele Erfahrungen wobei Vipa bestimmt auch nicht gerade wenig nimmt ne ich meine aktuell 4.000 44.000 okay 46 oh 63.000 ja 44 ja ne unser Fulcano unser Fulcano 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 nicht echt zu viel okay auf jeden Fall Fulcano und unser kleiner Drache und gut dass wir unten lang gegangen sind weil hier unten gab es nur Items und die möchte ich ja gerne alle einsammeln und wirken ein Mondstein danke 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 so und ab nach oben Pahaha ausgetrickst ähm sind wir hier wo sind wir hier boah ja Lauf gegen den Stein ein auch jetzt sind wir ganz am Anfang ja ach mh mh ja genau das ist der Anfang gut okay dann machen wir die Trainern jetzt hier mal finish ich Papa 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 Katharina ne Katharina stand da Katharina und boah das ist doch das ist doch nicht wahr hier oh und Fettlampson müde das kann auch nicht sein so wir bringen Viper ja Viper 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 ist gut ja ja dann gibt's ne Lake solltet's ja nicht den Schaden machen ja komm Kraftwelle ähm futz hat der Rob ah der hat Robustheit ah immer diese Pokémon mit Robustheit ja komm dann gibt's ein IC pfff schön äh Back Super Nein, Hero hat uns doch schon ein bisschen angeschwächt, aha. Aber okay, er sollte es dennoch eigentlich schaffen. Rein, doch, doch, der schafft das, der schafft das! Ein Surfer und Magma ist besiegt. Und da fällt mir ein, ich könnte Hero mal ein bisschen halten. Und da geht's raus, sauber, da gehen wir noch hinten. Und wir aktivieren nochmal Top-Schutz. Und, ah, ich wollte mich da vorbeischleichen und... Ja, okay, egal. Hab ein Stall-Pokémon, hab ein Stall-Pokémon, komm schon. Hab ein Stall-Pokémon. Stoliniol. Und er hat ne Stall-Pokémon, yeah. Dankeschön. Dass du uns so entgegenkommst. Und das könnte rein theoretisch vielleicht ein Level-Up sein für Maru. Wobei, Maru fußt echt viel, viel Erfahrung. Und Feuerzahn war kein Kill. Okay, das Ding hat vom... Ja, okay, ich glaub, es hat ne sehr gute Death, aber... Dennoch, Feuerzahn, kein Kill. Ich mein Step und so, ne. Holzkohle. Sehr guten Angriff. Und ein Nassgenät. Feuerzahn. Das ist nicht sehr, das ist nicht sehr fiktiv. Mach mir doch keine Panik! Wie Panik! Ist nassgenätig? Ich dachte, nassgenät wäre ein Stall-Pokémon. Wegen nass und genät und so, ne, und so, ja. Ja, erhol dich erstmal, okay. Penderrunde. Kein Problem. Und schon immer noch keine Ahnung, was für ein Typ die jetzt endlich bist. Aber ich mach einmal Schwertanz. Da du ja eh penst. Interessiert sich das alles nicht. So machen wir mal ein Eissieb. Keine Ahnung, wenn du gesteint bist, müsste das... Nein, wenn die Bohnen bis... Ja, ist... Ist egal. Du Schwertanz bist du... Einfach. Da hast du keine Chance. Ja. Unser Lucario ist einfach... Es ist einfach ein Lucario, ne? Was wirklich mächtig ist, so. Und wir kriegen hier noch ein Carbon. Und damit haben wir... Haben wir alles so? Gut, Leute, dann geht es hier im nächsten Part weiter. Bis dahin und... Ciao. Bis zum nächsten Mal.